Hallihallo, Hallöchen! So, ihr seid jetzt online, ihr Ratten. Also noch nicht, ich lad euch erst hoch. Juhu! So. Einmal die Risspinne und einmal die Kriegbitch sind mit mir dabei. Die ist anscheinend. Ja, was ist, wollt ihr jetzt starten? Oder wollen wir noch eine Stunde hier rumhängen? Ich fand da gerade ganz angenehm, ohne dich. Das ist. So. Immer gut. Mann, ich kann auch nicht singen. Ich bin allein angestraten. Was hast du denn? Ein Buckel? Oder was? Siehst du, das man jetzt auf die Fresse kriegen. Achso, ja das ist gut. Hört sich immer gut an. Was ist denn da los? Was macht ihr denn da? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wie seid ihr? Seid ihr noch nicht drin? Was ist denn da los? Was macht ihr denn da? Seid ihr mal kloppt oder? Wir sind da dicht. Licht dicht. Hat schon klack gemacht. Mein Gott, das ist ja schon die Hälfte der Aufnahme weg nur für Wartezeit. Was ist denn da los? Aha! Hä? So, was zocken wir denn jetzt? Wer zockt denn was? Ich würde Anubis nehmen. Also wir brauchen auf jeden Fall, also wir können uns ja auch immer abwechseln zwischen Anubis und Athena. Also ich muss jetzt nicht immer nur Anubis spielen. Ich kann auch Athena spielen. So, wie sieht denn die neue aus? Fernkampf wie sich Jäger und Mobilität. Oh, jetzt muss ich die verkackte Athena spielen. Ja, wenn du nicht willst, dann spiele ich die, habe ich dir gerade gesagt. Ist egal. Können wir machen. Oh, da wird kein Bums. Nox wäre natürlich auch geil, ne? Hätten wir so unheimlich viele CC auch, ne? Und noch den Silence rein, ne? Bei den ganzen drei Stück ziehen, ne? Bei, äh, Athena. Ja, wenn du Glück hast. Ach, drei sind eigentlich relativ häufig. Wenn die nicht dumm sind. Liberty, equality, fraternity. Liberty, equality, fraternity. Oh, komm. Nur, soll ich die Russin nehmen? Dann verlieren wir aber. Oh, ey. Mann. Liberty, equality, fraternity. Bist du wem? Den Russen oder den Franzosen? Ich nehme den Franzosen. Ja, mit dem Russen verlierst du zu 100%. Ja, mit dem Franzosen surrendern. Ach, ja. Ja, aber schon bei, aber schon bei Minute 5. Ja. Und da muss ich sagen, EENTLICH DICHT. Ja. Ah. Boah, da geht ein Bängering, Alter. Die können alle nicht abhauen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Der Bakus kann wegrufen. Ja, aber der Bakus, der ist ja wohl nicht derjenige, den wir fokussen wollen. Mann. Wir fokussen einfach alles. Also der Armutzen tut mir jetzt schon leid. Wir fokussen immer diejenigen, die mir zuerst sind, sie verklauen. So, ich fang mal an mit einem Herzstein-Amulett. Nur für euch. Heiligtum nehmen. Fertig. Hat'n Feinheit ja, den kann nie gut leiden. Ah, guck mal, was ich für ein Rückchen an hab. Ein altseitiges. Mann, da muss ich noch auf der falschen Seite. Hä? So, ich stolper mal eben. Ja, die haben uns schon gesehen. Ja, wisse. Da soll die mal rüber sprechen. Ne, steht nur er da. Ja, weh. Soll ich ihn springen? Vielleicht soll ich mal ein paar rein nach Hause. Ja, wenn du willst. Toi! Boi! Hahahaha, hat der schon gekriegt. Hör da, Kiwi! Was machst du denn? Ja. Du, was hab ich gesagt eben. Guck dir die Ratte mal an. War alles im Gebräck, oder? Ganz schön, man will. Warte, ist mir ein Red Buffs. Machen, nicht machen, oder? Ne, ich würd sagen, nein. Guck mal, jetzt sind wir fertig. Mann, hab ich ihn so gesafed. Tiefe! Hau ab! Hau ab! Ich bin auch Out of Mana noch zurück. Genau, Out of Mana. Genau, Out of Mana. Mana, Mana. Genau, wir haben die Versuchte versorgt. Achso, Theo Weigl. Wenn wir die bereit sind. In Anupiz wieder da ist, geh ich weg. Die waren jetzt natürlich in Red Buffs. Schön, ja. Können wohl machen. Oh, ich geh weg. Du musst hier auch mal Erfolgsselektionen. Achso. Sonst würden wir ja sofort rückwärts müssen. Allee, hopp. Meinst du das sind Franzosen? Hm. Doch, doch. Retro. Wie nass die. Das kann sein. Danke für den Kaffee, Schützelein. Alle 10 Sekunden hätt ich mal dort wieder ready, dann können wir den ersten Mal rausziehen. Ja, ich hätt kein Mana. Dann geh der Käfer kurz zurück und dann... Du sagst doch voll, ne ja noch nicht. Ich denke, wir sollten den AMC fokussen, ne? Ja, ja. Boah. Warte, ich geh zurück. Mann, bin ich am Leuchten. Spectacular. Mann, aber so. Wuhu! Ja, wuhu! Ich merke, dass jetzt die Scheiß-Mana-Buff rausgenommen haben, ne? Was hat die? Ich sag dem Mana-Buff, der gibt ja kaum noch Mana. Wuhu! Wir können auch in die Vulkane. Oh, ey. Oh! Ja, wir konnten nicht ran, wir konnten nicht ran. Oha! Sobald der Wachos springt... Sobald der Wachos springt... Ich dachte, wenn der springt, was hat der denn da? Warum schrinkt denn der nicht? So. Der hat nicht so viel Mana. Und... Ich würde sagen, Attacke. Aber aufm... Äh, 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 äh... Nicht aufm AMC, weil der hat auch kein Mana mehr. Na gut! Na gut! Booter! Oh, ich auch! Oh, ich auch! Oh! 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 Doch! Oh, ich würde sagen, der hat nur gewartet, Alter. Der hat nur gewartet, Alter. Mann, Alter! die volle Bauer von uns. Danach wollen wir mal schauen, wer woanders nochmal bohrkommt. Obwohl der eigentlichen Blödsinn ist, ne, den zuvor. Ja, aber wenn die, die sind da hinten bei, dann haben wir nichts gemacht. Solange der vorkommt, können wir den noch nicht... Ja, die haben nichts gemacht, weil ich bei denen war. Na, ich auch. Aber trotzdem können wir die... So, jetzt hab ich auch ulti, jetzt sieht der ganze schon mal ganz normal aus. In zwei Sekunden sind die Minions wieder da und dann benutzt du die Scheiße wieder für die Minions. Mal, hätten wir den oben mit Minions gehen müssen. So, ich bin ready. Ja, dann wohn doch einfach mal an. Mal gucken, wenn der Tachsachter da war, weiß ich mal Tachsagen. Ahi. Ah, wir sind viel zu nah bei denen an der Tower. Alter, warten Sie ja rein geht hier, ey. Wollt ihr schon mal legen jetzt, oder soll ich warten? Dann machst du, was du willst. Na, ich will ja, bumsen will ich, ja. Ja, dann macht er so weg. Können wir noch viel Lister machen. Ja, guck mal, wir rüften, genau. Ja, toll. Ja. Können wir den Kollegen da schon mal wegrüchen, oder? Hier. Was ist denn so dran? Oh, Mann. Oh, ich halte hier ab. Ich mach ihm noch sein Ding weg. So. Ja, aber ich hab auch keine Chance mehr, der ist weg. Ich hab immer die Stabulenza. Ich hab überall hier. Du kriegst die Mana, Buffett. Ja, gut. Warte. 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 Ich geh mal auf den Weg hin. 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 Sind die made for walking oder was? Mann, und wie? Wir haben die Abklingzeit für uns, ne? Mann, wir brauchen nur Abklingzeit. Wir wollen bumsen. Sind die jetzt schon den Dicke? Ach quatsch, die haben gerade den Rappers gemacht. Das geht noch gar nicht, Level 7. Wie geht das? Blubas, was? Da bin die, da bin die. So, 10 hätt ich alles ready. Wenn ich wär schon ready, hätte ich die Ulti. Ich krieg dich jeden perfekten Dreck. Ulti haste? Drei, zwei, eins ist unschwellig. Jetzt aber natürlich zwölf Sekunden wieder, bis wir warten. Ne Nef, drei Sekunden, ich bin fertig. Ich bin fertig, hab's noch Fingzeit gekauft. Was? Mein Gott, Alter. Krotzt mich dann an. Ah ne, ist klar, Alter. Wir schießen. Wir haben hier... Wo kommt der denn her? Hä? So, da frage ich mich jetzt aber auch. Da. Unglaublich, oder? Das ist nicht unverwundbar, der Wichs. Hat sein Glück gehabt. Ah, der Zeit kommt noch. Nein. Schade. Komm. Alter, ey. Alter, ey. Die holen mich komplett raus, Alter. Die machen das clever. Clever als die anderen auf jeden Fall. Ne Ne, ich hab nur das bisschen angegriffen. Warum hast du da? Ja. So, äh. Vanieren. Hast du Ulti noch? Ne. Aber jetzt verliert der Kevin. Verliere ich. Ja, so recht. Wollte ja nicht, warum der gemacht hat. Ja, zwei geholt, ne. Aber jetzt aber... Jetzt geht raus. Jetzt geht raus. Raus geht jetzt. Geht jetzt raus? Jetzt geht raus. Raus geht raus. Raus geht raus. Kannst du jetzt raus machen oder was? Raus geht raus. Raus geht raus. Dann hatten wir 100 Jahre überIConございます. Jetzt ist alles ready. Aber die Fokuss, die hol' mich jetzt natürlich voll raus, Alter. Die ist äh... Nein, Gott, kotze mir! Na, er kriegt da jetzt hier auf die Beste und ist gut. He? He? Dann haben wir mal gezeigt mit einer Abweichung. So, jetzt können wir angreifen. Ja, schon. 5 Sekunden kann ich, 5 Sekunden kann ich poolen. Na, hab doch mal. Jetzt geht's. Aha, eh, 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 wahnsinnig. Hier, hier. What? Lächerlich! Der, der jetzt kommt, der am Rutschen kommt auf. Die bleibt da! Na, haben wir noch? Ja, ja. Ich weiß doch nicht, warum wir ohne Ulti reinrennen, ey. Ach, ey. So, Isolierung ist fertig. Ich weiß nicht. Boah! Nein, schade! Ich hab jetzt gut gehört. Aber Ulti ist raus. Nix. Von beiden glaube ich sogar die Ulti. Ja. 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 Meinst du, dass der Zwift liegt auf? Äh, Magie! Nehmen wir noch. Hä? Nein, klar. Oh, oh. Mann, oder? Gib Gas! Mann, 5 zu 9. Jetzt müssen wir aber langsam mal was machen, hier. Oh, Gott. Mein Gott, wo der? Oh, wieder unverwundbar, Alter. Wie macht der das? Ja, Leute, was macht ihr denn da auch? Na, weiß ich auch nicht. Was ist denn da los? Ey, da steht 5, 11. Die sind schon Level 10 und 11. Ja, hast doch recht. Das ist Blödsinn, die ganze Scheiße da immer. Wir bumsen jetzt aber. Ja, sehe ich. Wie wir bumsen. Wir müssen jetzt richtig mal penetrieren. Ich glaube, das Video kann ich direkt wieder löschen. Warum? Weil ihr schwastis sein. Nix können. Wir täuschen doch nur an. Wir täuschen doch nur an. Ja, ehrlich. Ich weiß nicht, was du da für... Teil des Planes ist. Wie sie mal finden, was ihr. Hier, ich schlepp auch zum Beispiel immer einen Mana dran gebracht. Warte, ich muss doch einen Mana an. Warte, hab noch nicht einer geholt. Ich weiß doch noch nicht warum. Hier, Mana auf dem Punkt. Wir sind halt, äh, unnüchtiger. Na, guck mal, was ich mit den Menschen mach, oder? Ach, 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 ach. Na, lass rein. So. Wir müssen warten, bis der Bacchus engaged. So, Isolierung ist, äh, alles ready, ne? Das Problem ist, sobald ich reinrutsche, zündet der Vulkan seine Ulti. Mir macht das nix, aber euch. Mich hat er noch nie einmal getroffen. Und mir macht das auch nicht. Wir sind wieder bei denen am Tower. Aber... Ja, müssen wir ja. Brauch, wir schießen jetzt hier. Ja, brauchbar, genau. Warten, weg, warten, weg. Ja, schön, warte, ich springe eben unter den Tower. Ja. Mit Level 9. Das ist toll. Also... Ah, hör, hör, hör. Weg, hol. Das müssen wir auch nicht mal verkluppen. Mann, da komm ich weg. Boah, fuck! Und ich bin hier jetzt drin noch. Den Pulli ich gleich nochmal. Komm, komm, komm. Ja! Sauber, Mann. Boah, hast du ein Schwein gehabt, ne? Nein. Wo riefst du davon, oder? Ja. Ja. Wie viel kann man dazu sagen? Und wo ist geraten? Und schon steht hier nur nach 8-12. Sowas will ich jetzt häufiger sehen. Verdammt, Mama. Ehrlich. Ein bisschen wie ich mich gerade fühle, als wenn ich beim Outtrip von Destiny's Child wäre. Ja, einmal Survivor. Ja. 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 Zack, zack, jeder ist nur noch hier. Wuuui. Tor weg. Oh, schnell noch den Damage-Buff. Ne, den hätten wir gerade machen sollen. Aber der ist noch weg, glaube ich. Ja. Geht mal ran, geht ran. Ich halte mich weg. Weg, ist weg. Ist weg. Ist weg. Ist ich weg. Der Team ist weg. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ohhhh. Ohhhh. Du kacktum. Kannst von Glück sagen, dass ich die hier weghalte. Mann. Ja, was machst du da auch wieder? Ich war doch bei uns. Ja, ich hab gesehen, wo du warst. Wo war ich denn? Ich war hier. Auf der linken Seite hier warst du. Ja. Wir waren doch bei uns. Wir waren doch bei uns. Ne, ne, du warst da. Und nicht da. Hier. Alter, willst du mich verarschen? Ich hab da seinen Korb weggemacht. Dann kam der um die Ecke geflogen. Der Vogel. Jetzt könntest du da nachdem ich da den Ding machen. Meinst du, macht der schon? Hä? Geilter. Ich hab da hier den Barros weggehalten, aber die kommen jetzt. Ne, egal. Mach den Dixer jetzt. Aha. Na, hab ich sagen Glück, ey. Ich bin fast den Arsch da. Wir sollten hier von uns verpissen, aber ganz schnell. Ich hab das Ding erst draufgelegt. Entschuldigung. Hau ab. Hau hier gar nicht ab hier da. Wumse ich den so tot. So, jetzt sind wir schon auch zu voll mal hier lang. Weil sie bringt's auf der Bayonet. Was? Weil sie dringt's auf der Bayonet. Gibt's doch echt. Na, so, was nehmen wir denn jetzt? Ein Fluchikus? Fluchikus, ne? Immer noch die Level 12, ey. Unglaublich. Ich weiß nicht. Soll ich mir gegen den, ähm... Na, ich komm mit dem mystischen Kettenpanzer noch fertig. Muss reichen. 4-7. 4-7, dieser Loot. Ich komm doch, Mann. Ich kann nur sorgen. So, Red Buff. Aber Sacki. Mann, das hier geht gar nicht. Der Mann, oi. Wollen wir den so wegnehmen? Aber machen die jetzt den Dicken? Kann sein, ne? Naja, warte. Ne, ne, hier. Ja, lieber nicht drauf. Mann, wollen wir oi? Ja, oi. Ja, oi. Oi. Ja, das? Was denn los? Oh, aber Hallöken, oder? Muss man dazu nur sagen. Boah, ich kann das auch, Bacchus. Weißt du nicht? Nein! Guck mal, Mann. Sein Leben, ey. Pass auf, ich mach grad... Boah! Ich kann doch nicht pullen! Jetzt erst! Nee! Boah, kommt der raus. Bleib weg da! Der Dings lebt auch noch. Ja, so, ja. Geht zurück. Geht zurück. Aber der hat einiges ausgehalten. Muss man ihn ja lassen, Alter. Ich hab den Seelenräuber noch nicht. Den mach ich gerade. Ja, der Bacchus hat sich den Bakunstein geholt. Ich sollte mir den auch holen. Den hol ich mir als letztes, glaub ich. Damit du noch schön Damage rausknucken kannst. Ja, vor allem wenn ihr gleich Seelenfresser habt, dann kann ich 15% seines maximalen, äh, seiner maximalen Gesundheit trotzdem mal als, als Kraft noch umwandeln. Und dann macht meine Ulti, äh, drei, äh... Guck mal, die wollten jetzt grad den Rettmarsch machen. Ja, der ist weg. Die sind noch. Oh, ey, da hast du ihn. Guck mal, nur, die liegt schon mal, äh... Na ja, 90 Sekunden, Alter. Dann vorher richtig nichts. Oder kann ich nicht mehr spielen, äh, die wieder... Sollen wir mal den Fitten machen? Ne, die haben gewordet, glaub ich. Versuchen wir mal. Viel hinten rumgelatscht. Allee, hoff! Wir sind mal der Fett hier, oder? Ne, ne, zurück! Wir werden nur mal... Richtig. Nur, nur mal schön... Du kannst sagen, nur mal schön, äh, äh, einen anderen schmecken. Aber gleich ist der Seelenfresser weg. Gleich ist der Seelenfresser weg. Hab ich das gleich. Gehen nach hinten. Und dann... Hab ich als Viech. Boah, mein Sode sieht. Bam, bih, 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 bih. Noch mal ein Schluck Kaffeesuchen. Auf jeden Fall. Leute, der Ripper ist immer noch nicht da. Oh, ich hätte Bock jetzt. Mit Seelenfresser am Start. Ich geh mal hinten rum. Nach links ist der Ding ist wieder am Wurzgen. Ist der, dein, dein ... breit? Ja, sicher. Erstmal halt 4, kaputt. Ich muss zuerst den Vulkan, dann hab ich den Vulkan und der Leiter zählt, aber... Hä, wieso krieg ich denn hier schon Agro? Was ist das denn? Weil die Bombe von dem links Nein, der Phönix hat auch einmal getroffen Komm, lass, komm, Push bis soweit, unter'n Phönix, komm Sollen wir den eben schnell machen? Ich hab ne Ulti Nein, nein Wir täuschen an, müssen uns antäuschen Da liegen doch Wats Oh, sieben Pfund Aber wir können ja trotzdem mal antäuschen, da müssen die kommen Warte, Red Buff eben machen hier Man, jetzt können wir mal einen antäuschen So und jetzt laufen wir alle da lang Und dann stürmen wir uns links um die Ecke Hier jetzt, da Die kommen, die kommen Direkt den Bacchus ignorieren, ne? Direkt den Bacchus ignorieren, ne? Nein Oh, ich kann das auch, Freundchen Wir sind nicht Nobos, eh Also So, jetzt können wir den Dickwanz machen Na, jetzt machen wir den Ding Ja, du bist gut Wir sind mal ruhig über Ja, da bringt aber nix Wir machen noch zu wenig Schaden, ja Wir kommen den Dickwanz hinten mal machen können Ja, komm mal mal den Dickwanz Ich weiß nicht, ob das noch reicht jetzt Ja, sicher Tja Vielleicht erstmal, wie man Pipp penetriert mal ordentlich Müssen wir mal einmal gar gehen Oh, ich bin schon gut Ah, gut, ich hab bei meinen Wunsch noch Hab ich Angst vergessen Ja, guck Oh Jetzt geh ich aber weg Ja Huch Ach, guck mal Nein, und ich war grad weg You're pretty good Oh Just what I'd expect Da kommt der Nächste So, was wollte ich denn die Enemy have been destroyed So, weiter Jetzt haben wir ihn gefrühstellt So 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 Oder? Na, so, ja, Leute Tschüss, bis zum nächsten Mal Ran